Und damit herzlich willkommen zu WarioWare Inc. Mega Party Games. Wir haben heute wieder einen kleinen Livestream und wir zocken mal diesen Klassiker auf und starten direkt durch. Schön, dass ihr da seid. Und wir werden mit Sicherheit jede Menge Spaß haben in diesem coolen klassischen Game. So, dann machen wir hier noch einen Spielstand. Zufallsname. Okay. Nein, ich möchte nicht Assi heißen. Goldi. Goldi ist auch Käse. Assi. Du willst wohl, dass ich Assi heiße, wa? Miso. Ach, da klingt mir zu japanisch. Depp. Depp ist gut. Wir sind Depp. Auf jeden Fall. Luckmaster Hadi und Bastian. Ich danke, dass ihr da seid. Und jo. Dann schauen wir mal. Einzelspieler machen. Ich möchte alles. 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 Das Spiel ist denkbar einfach gestrickt. Ähm. Wir brauchen bloß eine Taste. Das ist die A-Taste. Und Steuern. Upsala. Äh, äh, äh. So. Jetzt haben wir an. Jetzt muss ich mal gucken, welche Tasten überhaupt die richtigen sind hier. Ah ja. Alles klar. Super. Haben wir's. Das Steuerkreuz ist das richtige. Und so. Und so. Und so. Und wir haben wirklich bloß wenige Sekunden Zeit, um die ganzen Games abzuschließen. Ich find das so ehrlich. Uiuiuiuiui. Ausweichen. 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 Autos. Ausweichen. 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 Aus Alles klar, Bastianu! Yeah! Zufassend, komm! Und... ... haben wir ihn! Oha, Boss-Stage! Ach du Kacke! Rocky! Bow! 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 Bam! Ja, haben's! Bam! Hahaha! Damit haben wir den ersten Bereich geschafft! Und der nächste Bereich ist... Sport-Rigility! Seilsprengen! 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 Gott erinnere mich bloß nicht daran! Ich denke, es sagt, das ist Super Mario Odyssey! Uiuiuiui! Puh! Puh! Haha! Ja, ist da knapp, ne? Oha! 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 Hey DJ! Ein Rudi Völler! Ich bin nur ein Rudi Völler! Bam! Und Wilhelm Tell ist auch dabei! Bam! Bam! Schmetter! Oh! Ach, es ist herrlich! Ich liebe dieses Spiel! Nein! Das haben wir verkackt! Haben wir verkackt! Ein Leben haben wir verloren! So! Und spring! Und spring! Und spring! Und schon haben wir den Gipfel erklommen! Das Spiel ist so freaky! Das ist so freaky! Das ist so freaky! Das ist so freaky! So! Wir haben es geschafft! Wunderlich! Und zack! Und zack! Und zack! Und zack! Nicht auf die Fresse gefallen! Ja! Oh! 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 Don't fów-dum-dum-dum-dum! Oh, yeah! Oh! Haha! So, und… Und… Falterra! Was haben wir jetzt? Nowatch! Perfekt! Und… Und… Huck your man! Haha! ups! Um. Heute hatten wir auch keinen allzu langen Pre-Stream. Ganz kurz und knappig. So, 30 Meter. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir gehen in die nächste Disziplin. Das ist Schwimmen. Sexy. Sexy Motherfucker. Oh, darf man sowas sagen? Bing, bing, bing. Oha. Bam. Boom, bam. Und bam. Geschafft. Jimmy T ist abgemacht. Ruhe, Baby. Oh, was macht denn Roman da auf dem Kopf? Sci-Fi mit Dreadl und Spitz. Oh, Puri, ich grüße dich und danke dir für dein Ausdenken. So. War richtig? War richtig. So, ja, nech. So, ja, Mensch. Trinken. Macht's stark. Schicksal. So. Oh, da mehr Alien. Alles klar, Pui. Alles klar, Pui. Ähm. Cool. Nice. Ausweichen. Bam, bam, bam. So, fliehen, fliehen, fliehen. Ha. Ihr kriegt uns nicht ins Glas. Landen, landen. Geschafft. Wir landen in London. Oh, oh, oh. Nein, einen. Hu, 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 hu. Geschafft. Ähm. Achso, Ausweichen. Äh. Puh. Fast falsch verstanden. Man muss wirklich super schnell reagieren. Bam, bam, bam. Und es geht weiter. Zack, zack. Au ja, wir rocken das Ding. Und zack. So. Komm schon. Ah, haja. Heu, heu, heu. 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 Heu, heu. So schön, so schön. So schön. Ganz entspannt. Und relax. Gar kein Stress aufkommen lassen. Bei diesem Spiel. Verdammt, ich hab verpasst. Oh, oh. Oh, oh. Na, schön ist anders. Du, 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 du. Warte, ein schneller quatschen oder was? Ich sag, äh, äh, ich sag, hey. Irgendwie krieg ich das nicht. Egal. Drei würde ich sagen. Wieder. Au. Scheiße. Ausweichen. Puh. Puh. Ui, aua. Come on. Boston. Oh yeah. Oh yeah. So. Tut tut. Na, kommt drauf. Und. So. Bonus. 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 Warte mal kurz, warte mal kurz mal eine Kleinigkeit hier machen. CJ, grüße dich. So. Sorry für das kurze Päuschen. Aber es geht schon weiter. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass sich diese Kurier zu stellen. So. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Jawollah. Oha, 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 jetzt wird's schnell. Jetzt wird's giftig. Gut, gut. Oha. Ach du Scheiße. Ah, nein. Boss-Time. Jetzt werden wir abkappen. Jetzt werden wir abkappen. Metroid ist ein Winzer gegen. Nein, 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 nein. Aber alles schaffbar. Alles easy peasy. Komm schon. Und gebashed. Nice. Nice. Dienst frei. Jawoll. So, einen richtigen Moment zünden und wir haben das schönste Feuerwerk. Fliehen, fliehen. Oh, 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 oh. Toast. Ups, Salam. Den Toaster würde ich austauschen. Der weg. Ach, der arme Dummy. Nicht, dass er kaputt geht. Mag jemand ein Ei? Oh, und Haare schneiden. Oh Gott, oh Gott, ich könnte schneiden. Ups, ein Burger. Oh yeah, ein Hamburger. Oh, und Nudeln. Wer zungert, Pech. Parken. Na ja. So, so. Säge, Säge. Tweet, tweet. Oh, das geht ja Schlag am Schlag. Schön. Tü, 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 tü. So, entweder. Du hast es geschafft. Es ist so schön, mal wieder zu zacken. Ich hatte ja bisher nur die Gameboy-Version, also die Gameboy-Advanced-Version Let's Play, weil ja die Gamecube-Version zu dem Zeitpunkt nicht wie. Aber jetzt lasst's. Alles schick, halt schön. Huibu, da hast du ein Gespenst. Äh, äh. Ach. Kira 7. Ah, da ist die 7. Du, 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 du. Ah, 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 ah. Autsch. Oh nö. Beinlöschen. Hilfe, danke. Oh, Mann. Oh nö. Ein sehr niveauvolles Spiel. Ah. Augtropfen. Ganz wichtig. Und schwupps. Einfach nur nice. Einfach nur nice. Einfach nur nice. Oha. Oha. Und zack. Perfekt. Einer geht noch, einer geht noch rein. Ich muss mich kurz ausruhen. Ausweichen. Wario. Wario Land. Super Mario Land 3. Wario Land. Ist geil. So. Jetzt gucken wir die ganzen Nintendo Games hier. Die ganzen... Oh, der Famicom. Wario Games sind sehr geil. Oh, aber schon mal mit dem Thema Wario. H OP. Oh, was? Oh, was? Ach, nice. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich will so gerne. Ja, solange wie ich Bock hab. CJ. Solange wie ich Bock hab. Kann ich dir nicht sagen? Ich weiß nicht wie lange das Spiel geht. Wie spielen es durch? Und je nachdem wie schnell wir hier durch sind, gibt es danach vielleicht noch einen kleinen Chill-Stremen. Mal gucken. So. Ausweichen. Blau, blau. Bamam, da kommt. Alles alte NES Games. Nice. Schnappen. Ah, schau. Metron! Gibs in Mother Brain. Ah, oh. Oh, bloß ist die falsche Abknall. Mario Clash of Virtua Boy. Oh nein, 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 nein. Ah, Rob. Sehr geil. Ich hätte sie gerne nur ab. Zip. Hihihihihi. Die Fliegenkatsche findet man übrigens wieder in Mario Maker. Oh, feiner. Triff rein. Ja, awesome. Ach, du kack. Ach, du kack. Oh, oh. Haha. So. Nice. Scheiße, verkackt. Oder? Nein, wir haben es geschafft. Pfff. Depp, willst du es versuchen? Hey, nice. Du, du, du. Oh, oh. Oh, nein. Nein, ich hätte hochgedrückt halten müssen. Und A drücken. Oh, nein. Schon verkackt. So, so, so. Und zack. Du bist anders. Hab ich schön. Da, wo war er denn? Da ist er. Der Kater. Ähm. Ach so. Ach so. Du bist es. Nein, das war der Donatina. Ach, nö. Okay, ich glaube, das machen wir nochmal. So, ist gut. Tut, tut. Ah, schade. Ah. Ah, schade. Schade. Mach mal's nochmal. Ist ja kein Beinbruch. Du bist voller Zacken. Du bist der. Ja, ja, ich bin's, ich bin's. Ja, ja, ich bin's. Äh, 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 das ist er. Du, 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 du. Äh, ich glaube, ihr seid schwerer. Ja, ja, ja. Oh no. Ähm, ich muss... Oh, hier, 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 hier. Ist das schon? Hmm, welches anders ist anders? Du, 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 du. So, und so, und so. Dum, dum. Wen wollen wir denn jetzt? Ah, hier. Ja, righty cat. Was weiß ich nicht. Äh, ihr seid unklar. Vier. Ja. Nassau. Füß! Zwei sind's! Da! Da ist er! Grobe! Ich muss so gießen! Ja, es gibt Nudeln! Ah, es gibt Nudeln! Oh, wieder schöne Schmetterling! Sieht aus wie eine Tomate, oder? Es ist eine Tomate! Sehr schön! Negativ! Schlecht! So, ja, so schön! Input! Und Atom! So! So ist gut! Hier! Ja! Ja! Okay! Ja! 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 Oha, Puri. 148 Retro-Coins. Alter Schwede. Hey, ich sollte Schlange. Ah, ich sollte Schwanz wählen, ja? Na gut. Nein, verpasst. Aufpassen, 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 aufpassen. Fuss, das ist gemein. Jetzt sollen wir einen wedeln, okay. Schön, let's cut. Very nice. Das macht doch nicht mehr, guck mal. Ich danke dir, CJ. So. Ich geb mir wie immer größte Mühe. Essen. Nampf, nampf, nom, nom. Very nice. Nom, 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 nochmal. Na, machen wir doch nom, nom, nom. Oh, fuck. Oh, fuck. Kackt. Ah, ja. Ausschalten. Und CJ, ich danke dir für dein Hosting. Ach, ich liebe diese Zahn. Einfach nur schön, ich danke dir. So, dann waren wir am Anfang. So, dann waren wir am Anfang sehr viel. So, dann waren wir am Anfang. Oh, das ist ein leckeres Trick. Machen wir mal. Geh, nächstes App rum. Und Zoey, ich danke dir. Falls wir dein Hostingen sollen, langsam kommen sie alle an. Vielen Dank für dein Hosting. So. Jetzt haben wir es. Moinsen Zoey, Moinsen. Lecker Kuchen mit der Ferne. Nom nom nom. Komm. Komm wir wieder. Ole. Hand, Hand ist das. Einfach so. Ja. Hallo. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen? Online bin ich aber. Dum dum. Excellent. Ja, das ist schön. Da war ein Hundi. Habt ihr gesehen? Nein, das ist eine Gurke. Du 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 du. Steck. Oh, komm mal. Ganz süß. Aufhangen. Oh, das Einfachste. Das Einfachste verkack ich gerade. Na egal. Zur Not machen wir es nochmal. Ist ja kein Problem. Süße Säfchen. Schlipp zwei. Ach komm, mach mal drei. Machen wir drei. Wir sind ja mal ein bisschen großzügig. Ich denke auch. Oh, du kannst mich ja sehen. Also bin ich nicht offline. Und hören. So. Und so. So. Du 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 du. Oh, süße Mäds. Fassen. Aufpassen. Schuh. Himmchen. Oh, Boss time. Bam bam bam. Ach nicht der Kark. Oh ne. So. Ich hasse das. So. Ich hasse das. Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Oh, die Brocken werden immer kleiner. Ja. Oh je. So. Komm schon. Und geschafft. Lieber CJ auch. Die gute Terror Minimis hat gehostet. Ist doch egal von wem. Hauptsache, er ist da. Ich freue mich. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Nochmal Blümchen gießen. Blümchen. Sehr schön. Du Schmeichler. Du Schmeichler. Oh. 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 Oh, du schweigst. Ach. Ach. Gratulich noch so. Pfff. Fangen Frucht! Dann immer die! Fressen! Mann, das artet der richtigen Arbeit aus hier! Und was haben wir da? Ein Bärcheeeeeen! Scheiße, nicht geschafft! Nicht schlimm, nicht schlimm! Oh, ein König! Ein König! Alter Schwede! Und zack! Und zack! Frische Ernte und... Ist das anstrengend! Nein, 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 nein! Hat die Maus immer Glück gehabt! Oh, das war kacke! Das war Mist! Okay, machen wir nochmal! Gar kein Problem! Das Spiel ist ja fängig! Klar, spielen wir das nochmal! Ach, es war zu früh! Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ah, das ist doch schön. Aha. Aha. So. Puh. Okay, okay, okay. Wo man merkt, ist das Gamecube-Spiel, der Port vom Game Boy Advance Spiel. Nur ein bisschen schöner. Und es macht zu viert richtig Spaß. Stelchen, Stelchen! Achso. Du musst nicht zu laut sein. Sonst tue ich mir selber ins Ohr. So, beschützen. Steh mit dir. Ja. Wunderbar. Aber so lange wie ich noch nicht in den roten Bereich komme. Ah. Das war alles gut. Äh. 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 Boah. Meine Banana. Banana. Ah, schön. So. Und so. Und dann. Alles klar, Zau. Äh. CJ. Danke dir, dass du schauen. Viel Spaß bei deinem Stream. Ich denke mal, du streamst. Ein. Nein. Oh Gott. Na ja. Also wenn man das Spiel spielt, dann ist es schon fies. Fang eine Frucht. Na mal die. Ah, zack. Okay. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Das Ding ist aber ohne Ende hier. Oh, Boss Time. Oh, nice. Na, so gerne habe ich es nicht. Ich hoffe, dass da eine Internetleitung mitmacht. So, nicht so wie vorhin. Wer war das gestern? Gestern war das, ne? Da, ba, ba. So. Hopp. Hopp. Zack. Zack. Und so. Und. Und komm, wir haben es, wir haben es, wir haben es geschafft. Jawoll. Jetzt. Ich brauche eine Erfrischung. Dum 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 dum. Mischmasch. So. So. Ähm. Da, so reichst du gehen, Latte! Okay. So. Schubsen! Ich muss doch mal sagen, so lang ist das Spiel nicht. Oh, pass mal an, die Pauze versteckt. Gebt mir die Taxi. Okay. Okay. Nampf! Nomm, nomm, nomm. Hey! Din, din! Hihi! Haha! Ah! Scheiße, verkackt. Na, ist egal. Wir haben eh bloß ein Leben. Das ist sowieso total gut. Wenn ich mal an den, ähm, Boss-Time denke, die wir hier haben werden. Ähm, ja, ich glaub, das ist, glaub ich, das letzte. Ja, das ist das letzte. Letzte vom Grundspiel. Nomm, 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 nomm. Guck, guckel einfach mal nach gute Gameboy-Spiele. Ähm, ich werd, ich werd mich jetzt hier weiter konzentrieren. Titus! Spiderman! Ohaah! Oh, oh, Exit Bike! Ah, kein Ball! Oha, das war kackig, aber jedes Mal. Puh, das war knapp. Oha! Oha! Ha, 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 ha! Du, 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 du! Oh, Titus! Ja! Und komm, und... Und komm! Oh, checka! So, jetzt wollen wir hier noch wegbashen. Oh, voll versammelt. Lol! Walmchen, schüttel dich! Meine Frischte! Haha, meins, Mario! Meins! Äh, ja! Meins, vergat! Haha! Was einfach hier Bostheim kommt. Äh, Schöpfer! Oha, der Kräfte! Bum! Oh, er hat fast runtergerutscht. Oh, Bassebene. Ich möchte aber noch nicht Bassebene. So, 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 smash, 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 okay. Oha. Ach, verdammt. So. Yeah. Ah, verdammt. Vekka's bashed. Oh, no. Oh, das war's. Ah, ja, ha, ha, ha. Jo, Freunde, das war das Grundspiel von WarioWare Inc. Auf dem Gamecube. Oh, no. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schön, dass du da bist, freu mich Ab in die Nase So, hier ist es Heißkoi-Jagd Und zack Oh, ja Hey, mein Toast Und zack Ich brauch eine Erfrischung Okay Oh, dann kriegen wir wieder auch mal ein Extra-Leben Und rausch Die Level werden noch ein bisschen schwierig Und geschafft Grad noch so Zack, schön mittig Das hat nicht gereicht Da weint das Schweinchen Ich weiß jetzt allerdings nicht, was man alles tun muss, um alles freizuschalten Keine Ahnung Äh, du bist das Aber wir zocken einfach jetzt noch ein bisschen So, schießen wir dich weg Du bist der Böse Oh, das heißt Das heißt, das heißt Also 20 will ich noch nicht mehr schaffen Ach, 20 habe ich schon, 22 Komm, machen wir noch mal Du bist es Nein, du hast es nicht Oh, das ist so eine Ratte Nein, aufwassermild Muss ich noch ein bisschen konzentrieren hier Soll ja, ich muss ein kurzer Stream sein für heute Abend Einfach mal so Bisschen just for fun Bop, bop, bop Tut, tut So Oh, ja Schlaf, ne Mietzi So, welche wollen wir denn? Die wollen wir Und knapp so Oh, schlaf Zum Glück nicht daneben Da freut sich das Schweinchen Oh, geschafft Oh, das ist eine Orange Oder eine Mandarine Äh, vielleicht sagen eine Mandarine So, von der Brüssel Ja, wohl Oha Einparken kann ich auch Zerstören Wo ist er dann? Ah, wo ist er plant Oh, ist das eine herzliche Tomate Da fällt ihr um Was? Demon, grüße dich Willkommen Uiuiui Ha Oh, wir haben es mal geschafft Ei, das war aber schnell Geld Ha 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 Cool Nice Oh Ist das Sadistisch Das ist doch knapp Oh, shit Gut, dann gucken wir gleich mal in eine andere Modi Die 30 Die 30 haben wir jetzt Komm Das ist eine gute Zahl Ah, da ist sogar noch was dazugekommen Schön Zeitalter Okay So, nochmal richtig hinsetzen Ah Machen wir noch ein bisschen was Ein Stückchen trinken Okay Schwierig Ich bin ja mal gespannt Jetzt muss es glaube ich richtig Alles Turbo Sehr schön Komm, ist es gewesen so schnell? Oh, ja Keine schöne Ei Kein Frühstück Ich habe aber eindeutig getroffen Alter Schwede Ui 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 Was? What the fuck Oh, ist das gemein Ist das gemein Aber naja gut Ist halt eine Herausforderung Machen wir direkt normal Komm Das ist viel zu wenig Zwölf Okay Nein Die Scheibe Wer bezahlt das? Ui Das war knapp Das war knapp Na Ja Es geht gerade noch so Juhu Nicht schnell genug Alter Alter Schwede Geht das einfach Okay 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 Das habe ich jetzt selbst verkackt Ist das böse? Ist das böse? Boah Oh ja Oh ja Oh ja Weges O mein Gott! Ich bin so schnitt! Wo! Wohohohohoho! Waaahha! Das ist so... ...türürür! Das ist so... ...türürür! Das ist so... ...türürürür! Oh! Oh, okay! Schau! Hauauauauauauau. Das zieht an. Komm. Nochmal. Nochmal. Das will ich nochmal probieren. Kann nie sein. Das ist aber auch gemein. Hey! Komm! Oh, yeah. das ist auch ein bisschen schwer, und ab in die Nase, nein, jetzt krieg ich schon nichts zu essen. Das Seilspray in diesem Tempo ist wirklich gemein, ist wirklich gemein. Na gut. Wir haben noch ein bisschen was. Nervenkitzel. Okay, ne, das war nix. Ach, wir haben nur ein Leben, okay. Oops. Okay, TJ, bis dahin. Ui, ui. What the fuck? Alter, krasser geht's ja wohl nicht mehr, wa? Ey, du Quappe! Wenigstens die 10, haben wir wenigstens die 10? Naja, nur 4? Oh weia. Na komm, nur ist gut. Also, wir sind's gar nicht. Und schon haben wir es verkalkt. Ha, das ist schon mies mit Wile. Ja, ja. Machen wir's nochmal. Wow. Schon versammelt. Ein richtig mieses, äh, mieser Modus. So. War's hier richtig? No? Ah, verkackt. Das ist böse. Das sind aber auch die schwierigsten Versionen von den, von den Leveln. Komm, einen machen wir noch. Das ist leicht. Äh, nur Buttonsmashing. Haben wir's geschafft? Ja, wir haben's geschafft. Puh. Äh, nein. Klapp anheben, ist auch vorbei. Okay, nächster Modi. Auf jeden Fall ist das Game schon ziemlich lustig. Dum dum. So, ist noch da. Zeit ergriffen. 20 Spiele, okay. Ach, wie lange wir für die Spiele brauchen, okay. Okay. Ähm. Tschoo. Prost Neues. So. Natürlich sind jetzt so Sachen wie, wie abcutten, nicht gerade sehr, äh, zeitfördernd. Verdammt. Ah, komm schon. Oh. Verdammt. Falsches ist falsch. Tasten. Nein. Sag mal schon so wenig zu drücken, dann drückt man trotzdem das falsche. Nein. Nein. Ui, knapp. Hui, hui, hui. Autsch. Nein. Oh. Oh, 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 oh. Ist mal wieder gebremst. Alter, Alter. Oh, 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 nö, oh, nö. Oh, jetzt, also jetzt, also jetzt, also jetzt ne. Jetzt hört's ja auch hier. Jetzt hört's ja auch hier. Ba bam! Das war die Time Attack mit 20 Sekunden. Aber ich glaube wir waren unter 2 Minuten, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen. Nehmen wir mal den nächsten Mal. Hoi, kommt was Neues? Die Credits können wir uns jetzt angucken. Yeah, Strike! Komm, machen wir jetzt nochmal die 40 Spiele. Ja! Ja! Und 9! Autsch! Lass uns wählen! Ach Menno! So! Ah, dieses Schweinchen! Ach! Er kriegt aber eine rote Nase! So, ja! Zehnder Stock! Oh, Schatter! Also ne Traumzeit werden wir mit Sicherheit nicht kriegen. Nein, wir wohnen zum Schweinchen! Na, ist auch mal ne Verwandlung! Oh! Oh! So! Eieiei! Gut vorbei! Ach, komm! Jetzt verkacken wir es nur noch! Jetzt verkacken wir es nur noch! Jetzt verkacken wir es nur noch! Auf jeden Fall schlecht! Gar nicht schlecht! Oh! 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 Hey! Was mach ich denn da? Fire! Oh! ich kann es ja aber auch und sie kriegt dafür was zu vermitteln so ich hätte darüber spielen müssen ist egal hauptsache es macht fahrten Oh, geschafft! Nice! Oh, jetzt geht's ab hier. Also, Schwede. Boah, es wird so böse, es wird so böse. Oh Mann. Und wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das war schon ganz schön mies. Aber wir haben es trotzdem nicht geschafft. Beenden wir es jetzt hier. Dann schmeißen wir es doch mal an die Credits. Dann ist gut an diesen Credits. Wir können sogar interaktiv mitmachen. Oh ja, Betsy. Oh ja, Betsy. Sie ist ein Problem. Klickst du da? Kommt. Ah, ein bisschen boring das ist. Na? Dann sehen wir mal die ganzen Credits. Ich finde das Spiel schon ganz witzig. Hat so seine Überraschungsmomente. Ja, und besonders aufregend ist es dann noch nicht. Auf jeden Fall habt ihr ja jetzt mal WarioWare gesehen. Wie gesagt, das ist ein Port von der Gameboy-Trans-Version. Und ich persönlich spiele das sehr gerne. Vor allem auch im Multiplayer. Aber auf jeden Fall haben wir das Spiel jetzt soweit durch. Wir haben uns ein kurzer Stream heute. Mal ganz kuschelig. Und demnach beende ich ihn noch an dieser Stelle. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir wollen uns noch die Credits abwarten. Gucken wir uns noch ein bisschen an. Ja, wie gesagt, bleibt mir auf jeden Fall nur Danke zu sagen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß gehabt mit WarioWare. Und demnach, sage ich mal, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns irgendwo. Bis dann, euer Retrovasti. Und ich schicke euch zum guten Petru. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020